Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Dragonflight. Ich hab'n schönen Tee genossen und jetzt geht's weiter mit Abenteuern auf den Dracheninseln. Junge, es macht immer noch so viel Freude. Die ganze erste Release-Woche nur mit Main unterwegs gewesen, also fast hier und da hat die Twingsucht ein bisschen gekickt. Aber, Junge, so viele Welt-Quests und dann denkst du, du bist durch. Dann geht's in die M0-Dungeons, ja. Und dann denkst du, okay, das war's jetzt. Dann kommt noch eine neue Quest und noch ein neues World-Event. Dann wurden erste Hinweise für Secret-Mounts gefunden. Dann findet man so noch eine Quest-Reihe, nachdem man den Meister der Lern fertig hat, ja. Und auf einmal hast du noch ein Teleport-Netzwerk und irgendwelche neuen Welt-Quests mit Klettern und mit Fotografieren wie bei Pokémon Snap, ja. Weil du einfach noch mal bei alten Orten vorbeischaust und hier irgendeine Ruhm- oder Rufstufe fertig hast. Ey, es ist der Wahnsinn, ja. Es ist der absolute Wahnsinn. Geil, wir sind bei unseren Ökologen angekommen. Hier sind wir hergeschickt worden, weil dort vorn unsere Drachenfreunde meinten, yo, wir vermissen ja eigentlich zwei in unseren Reihen, die sind noch nicht wiedergekommen. Und wenn ich mir das Wetter so ansehe und weiß, dass wir von Primalisten angegriffen werden, sollten wir mal checken, ob's denen gut geht. Und die Dödel sind einfach so in ihre Forschung vertieft, dass die es vercheckt haben, einfach mal eine WhatsApp zu schicken. Hey, Mutti, mir geht's gut. Ah, nicht mal das war drin, Bruder. Diese Kreaturen starben auf traumatische Weise, Taru. Wir müssen mit ihren Überresten respektvoll umgehen. Was ist respektvoller, als schnellstmöglich herauszufinden, was sie tötet? Wir sollen das Leben erhalten, Ishka, nicht bloß sorgfältig beobachten. Ich wollte nur sagen, dass ihr bei Diskussionen ein wenig sanfter sein könntet. Oh, ja, eigentlich mögen sie sich, aber ihre Forschungsergebnisse gehen auseinander. Außerdem eine tote Ente. Leute, schlimmste Quest ever. Hallöchen, hab ich Dialoge aus? Ich hoffe, nein. Manchmal haben die Mobs auch noch keine Stimmen. Manchmal ist einiges auch noch Englisch, haben sie nicht geschafft zu übersetzen, aber es ist auch so viel. Holy hell. Wir stehen vor einem ökologischen Kollaps. Und obwohl ich auch denke, dass wir etwas tun müssen, sollten wir nicht zuvor schnell handeln. Warum sind hier so viele Tierkadaver? Diese armen Kreaturen sind Opfer der Elementare, die ins Sumpfland eindringen. Wir haben ihre Leiche studiert. Ishka blickt zurück in Richtung Tahu und fährt dann fort. In der Hoffnung, dass wir ihresgleichen vor demselben Ende bewahren können. Aber keine Sorge, der Tod des einen ist die Nahrung eines anderen. Selbst der Tod kann das Leben nähren. Das stimmt. Nur wenn alle tot sind, weil alles um uns rum kollabiert, dann wird's ein bisschen kacke mit dieser Philosophie, ne? Was haben wir noch? Was könnt ihr mir über das Sumpfland hier erzählen? Ishka wirft einen kurzen Blick zu Tahu hinüber, als würde er seine Zustimmung einholen. Es gibt dutzende verschiedene Arten von Feuchtgebieten, Lell. Ein Sumpf ist ein Feuchtgebiet mit Bäumen, in einer Marsch wachsen Sträucher und Gräser. Das Wasser in Mohren kann von Regen stammen, aber auch aus einer Quelle oder einem verlandeten See. Es gibt so viel zu lernen, jo. Die Aspekte mögen euch schützen. Er schreibt direkt halbes Buch hier, ne? Ehre. Der Schwarm möge uns schützen. Ein Angriff am Drachenherz-Außenposten? Das klingt nicht gut, aber wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine eigene Krise. Ehre allen Drachen. Lösung mit dem Skalpell. Geht mit den Aspekten. Ich glaube, wir können von hier aus sicher genug Daten sammeln, aber Tahu ist ein herausragender Ökologe und er ist ein Mann der Tat. Dennoch ist das Ökosystem fragil und wir könnten es beschädigen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ich gebe allerdings zu, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Es könnte sich vielleicht lohnen, ihn etwas zu verwöhnen. Die wütenden Elementare zu erledigen, sollte uns etwas Zeit verschaffen, ohne dass es unsere Forschung behindert. Aber achtet darauf, sie in gleichen Zahlen zu erledigen. Wir wollen das Gleichgewicht ja nicht noch weiter stören. Bis sehr bald. Und fasst ja nichts an. Das Letzte, was ich brauchen kann, sind ein kontaminierter Arbeitsbereich und verfälschte Daten. Ja, dann ist der endgültige Kollaps gekommen, ne? Was wir hier machen, ist im Grunde Kosmos-Lore. Na, das Gleichgewicht, Leute. Schön erhalten. Sehr gut. Genug gefaulenz. Wir sollten da rausgehen und etwas unternehmen. Jetzt bereitet euch der Angriff auf den Außenposten keine Sorgen. Der Drachenherz-Außenposten? Pah, die können einen neuen Außenposten bauen. Die können zehn neue bauen. Diese Feuchtgebiete sind aber einmalig. Einmalig, ja, kommt schon. Was ist wichtiger? Ein paar doofe Gebäude oder die Erhaltung eines einzigartigen, störungsanfälligen Ökosystems, auf das dutzende Kreaturen angewiesen sind? Ja, die nehmen ihren Job auf jeden Fall sehr ernst. Haltet an eurer Pflicht fest. Wildtierrettung. Man muss kein Ökologe sein, um zu erkennen, dass das Sumpfland in echten Schwierigkeiten steckt. Aber Ischga lässt uns hier ja in aller Ruhe tote Kreaturen untersuchen, während wir lieber verhindern sollten, dass sie überhaupt sterben. Der rote Drachenschwarm ist schließlich dafür da, das Leben zu schützen, nicht zu zerteilen. Ich liebe Ischga und er hat wirklich Ahnung, aber wenn wir walten, bis er fertig ist, gibt es kein Sumpfland mehr, das wir noch retten könnten. Ich kümmere mich um sein ewiges Nachdenken. Geht ihr inzwischen raus, macht euch eure Stiefel schmutzig und rettet einige Lebewesen. Mögen die Schwärme euch schützen. Und nicht vergessen, habt keine Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Was für unterschiedliche Persönlichkeiten. Kein Wunder, dass die sich ein bisschen anziehen, oder? Kennen übrigens auch noch ein Feuchtgebiet. Deine Mutter. Hehehe, so schnell verpissen hier. Um Gottes Willen werde ich auch gleich zerteilt, ne? Okay. Okay, wir retten nette Hippos und töten Elementare. Jawohl, das Sumpfland, Leute, ne? Hätte ich sehr gefeiert, wenn sie auch einen Gag bringen mit dem Hafen von Menethil und Grimbatol und was denn hier alles in der Nähe lag. Aber haben sie sich an der Stelle verkniffen. Wobei ich sagen muss, wir haben auch genügend Anspielungen und nostalgische Elemente drin, ohne dass sie es permanent noch so mit dem Holzhammer erwähnen, oder? Allein wenn ich ans Azurblaue Gebirge denke, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Junge, die Mucke da. Gerade wenn man in der Nähe der Fuhrbeugs und so weiter ist, ey, es ist einfach absolut geil, ne? Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Rumwundern und wo ich aufhören soll. Es macht alles sehr, sehr viel Freude. Und ich bin so ein bisschen froh, dass ich mich wirklich nur sehr, sehr bedingt für das Berufssystem im Allgemeinen interessiere. Und darum auch nur sehr bedingt für die ganzen Neuerungen, ne? Es gibt ja viele Leute, die da super drin aufblühen. Unsere Jana zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht aus den Mad Moments? Die Mad Moments hier auf YouTube sind ja einfach meine Best-Offs, ne? Die ich aus allerhand Bums zusammenschneide. Und da bin ich natürlich auch häufig mit meiner üblichen Verbrechergruppe, sage ich immer, unterwegs, ne? Mit denen ich abends dann im Discord schille. Und dann treiben wir allerhand Schabernack vom gemeinsamen Leveln, ein bisschen zu den M-Nullern und so weiter und so fort. Ja, und Jana ist eigentlich ein bisschen gemütlicher in vielen Aspekten, ja? Eine ganz liebe Gamerin. Eine sehr heftige Gamerin aber auch. Das versteckt sie aber häufig, weil sie eben sehr nett ist und sich um die Gildenbank kümmert und bei Problemen hilft und ganz viel Haustierchen sammelt. Ja, das war mit das Erste, was sie gemacht hat. Nicht irgendwie Meister der Lehren oder, was weiß ich, Dungeon-Erfolge, sondern erstmal alle Haustier-Erfolge. Ja, jeden Meister, ey, level up, jeden Meister-Haustier-Trainer hier besiegen. Und zwar war der Erfolg nicht nur das Besiegen an sich, sondern jeden mit jedem Haustier-Typ. Du musstest also, wie viele Typen haben wir, acht oder so, acht verschiedene Teams bauen, die jeweils nur aus den drei gleichen Haustier-Typen bestehen. Also mal mit Elementen, mal nur mit magischen Haustieren und so. Und das musstest du dann bei jedem machen. Jeden achtmal mit diesen Teams und so. Das hat sie direkt durchgezogen, Bro. Holy hell. Und jetzt kommt der eigentliche Werdegang in dieser Geschichte, ja? Ja, sie war dann, als wir die ersten M0er gegangen sind, trotzdem am besten equipped von uns allen. Wir dachten so, damn, Jana wird sie rechtzeitig fertig sein, ja, weil sie ist muddi. Und sie musste auch nochmal arbeiten in dieser Woche, hat keinen Urlaub genommen, keinen frei bekommen, gar nicht erst gewollt, whatever. Ja, und dann wollten wir rein in die Dungeons und sie hatte nebenbei auch die Berufe mega gepusht. Hat sie einen Haufen Zeug hergestellt, hat noch ein paar Rares abgeflogen, hat ein bisschen im AHA geshoppt. Und auf einmal hatte sie das beste Gear von uns und diese Haustier-Erfolge. Und dann noch irgendein Erfolg, wo man Haustierchen sammeln musste, was dann wieder ein Haustier gebracht hat. Oh Junge, das ist so verrückt. Und der Nächste macht das nur mit Berufen. Der Nächste hat so viel mit Berufen gemacht, der hat schon mehr Twinks als ich jetzt oben. Einfach, weil er durch das Leveln der Berufe auch EP bekommt, mittlerweile ja auch bei den Produktionsberufen. Das heißt, er macht da einen Haufen Kohle mit dem Verkaufen seiner Produkte, investiert die Kohle bei einem Twink in Rohstoffe, stellt da wieder Produkte her. Der Twink erreicht Maximalstufe in den Berufen und auch so kommt auf Level 70, ja. Und dann geht das an den nächsten Twink. So. Der vertickt wieder das Zeug, was der Vorherige hergestellt hat. Kauft davon von dem Gold, das er bekommt, wieder Material. Junge, es ist so verrückt, wie sich Leute zum Teil spezialisieren. Wieder andere haben sich spezialisiert auf, damn, diese erste Level-Erfahrung. Die kommt jetzt nur einmal, so wie wir es mit der Überforderung in einer der letzten Folgen besprochen haben. Ja, und deswegen werde ich das so genießen, wie ich kann. Und die sind in der ersten Woche einfach gefühlt nicht mal aus der ersten Zone rausgekommen. Weil hier noch was zum Entdecken. Dann auch irgendeine Questreihe. Dann noch eine Sidequest. Hier noch ein Event. Hier noch ein Dungeon, ja. Und dann natürlich auch nicht wie einige Kacknerds unter uns so 25 Stunden am Tag Zeit zum Zocken. Ja, dann wird das schon ein bisschen eng und es ist wirklich, wirklich großartig. Also so oder so ähnlich habe ich fairerweise natürlich am Anfang eines jeden Addons gesprochen. Und auch mit Dragonflight sind wieder sehr, sehr gute Features drin. Sehr, sehr gute Weichen gestellt. Sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen da. Und ich hoffe einfach, dass wir auch was Schönes im weiteren Verlauf draus machen. Weil auch Insel-Expeditionen oder ein Torgast oder was auch immer, ne. Sucht euch ein Feature aus. Hatte im Keim ja unglaubliches Potenzial, das dann leider gar nicht oder zu spät genutzt wurde. Gerne auch in Kombination von beidem. Von daher Dragonflight, ne. Weiter so. Come on, you can do it. Ich nehme einen Einschnitt neben der linken Rückenflosse vor. Und wenn euch das nicht passt, ihr riskiert einen Dorsalabriss. Warum hört ihr nicht auf mich? Oh, Burbine, hat er nicht gesehen, dass ihr zurückgekehrt seid. Taro und ich können das später besprechen. Ja, ja, ich schnippel auch ein bisschen mit rum, ne. Ich setze aber vor allem erstmal einen Talentpunkt. Was haben wir denn hier unten? Wenn Klingensturm endet, verursacht Wirbelwind und Spalten neun Sekunden lang 50% mehr Schaden. Habe Spalten gar nicht mitgeskillt, ne. Oh, damn. Ach, es ist so viel zu skillen, man. Es ist schwierig. Schädelspalter nehme ich eigentlich auch gerne mit. Scheiße, ey. Wenn Schädelspalter einem Gegner Schaden zufügt, laufen eure Effekte tiefe Wunden und Verwunden sofort ab. Wow. Wow, was für eine Schelle. Junge. Hier unten aber die Endtalente. Ja, außer Kontrollen. Während Klingensturm aktiv ist, setzt ihr automatisch insgesamt zweimal tödlicher Stoß gegen zufällige Gegner ein. Nicht schlecht. Oder während des Einsatzes von Klingensturm gewinnt ihr alle 9,09 Sekunden. Ja, 5% Bewegungstempo und 5% Stärke. Bis zu 6 mal stapelbar. Hält 6 Sekunden lang an. Ich nehme mal den tödlichen Stoß. Das glaube ich beim Questen ganz lecker. Einfach noch mehr rauswärmsen. Also ich liebe es ja Fähigkeiten, die generell geil sind, einfach nochmal zu verstärken. Da bin ich voll dabei. Wir schützen die Inseln. Wildtierrettung. So, das Sumpfland ist wieder in Ordnung. Ishka geht immer noch seiner Taxi der Mie, ich meine seinen Nachforschungen nach. Moment mal, wie meint ihr, dass das weitere Elementare kommen? Das Wasser nähere euch. Lösung mit dem Skalpell. Hat das irgendwas gebracht? Nein? Ökologe Ishka seufzt. Na, zumindest sind wir fast fertig mit unserer Forschung. Geht's mit den Aspekten. Forensische Ökologie. Ich weiß nicht mehr weiter, Böbine. Taro und ich haben uns durch fast alle Leichen gewühlt, nur um am Ende zu stolpern, weil wir uns nicht auf einen Ansatz einigen können. Wenn er mir bloß zuhören würde. Ökologe Ishka seufzt. Das macht er anscheinend häufiger dieser Tage. Der Stress durch die Situation setzt uns beiden zu. Ich habe bislang nicht einmal eine belastbare Hypothese. Ihr seht aus, als würde euch so schnell nichts auf den Magen schlagen. Könntet ihr vielleicht die letzten beiden Gorlogs übernehmen? Ihr könntet euch meinen Skalpell borgen. Die Aspekte mögen euch schützen. Dann skalpieren wir ein paar Gorlogs. Sehen die wenigsten happy aus in ihrer Situation? Ja, Mann, guck mal. Der hat sich einfach totgelacht über den stabilen Gag, ne? Dann würde ich, glaube ich, auch so da liegen. Mit meinen aber tausenden Zähnen und meiner immens riesigen Zunge. Kann es sein, dass wir auch IRL-Gorlogs schlachten, um lange rote Teppiche herzustellen? Verdammt, der nächste Skandal. Merkwürdig, die Knochen sind hohl. Wind erfüllt? Hm, vielleicht, aber so aufgedunsen. Er ist sicher ertrunken. Er könnte das was mit den Elementen zu tun haben, Leute? Na? Vergrößerte Schwimmblasen, was? Wassermagie? Ja, aber seht euch die Lunge an. Er ist eindeutig erstickt. Wind- und Wasser-Gorlogs im gegenseitigen Streit? Pah, über welchen Unsinn streiten sich die beiden? Ja, richtig doof, ne? Wenn Leute sich streiten über Unsinn, obwohl sie gemeinsam stärker werden. Hahaha. Ha. Ähm. Hm. Wir sezieren mal weiter hier. Und diese Muscheln? Elementarmagische Muscheln? Ihr hattet recht. Da steckt noch viel mehr dahinter. Jo. Ihr Elementar-Gestreite muss sich auf das Sumpfland ausbreiten. Ja, anscheinend, ne? Haben sie auch irgendwie ermächtigt? Oder haben von den Primalisten ein paar Muscheln zu futtern bekommen? Nom, 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 Junge. Und jetzt kloppen die gegenseitig aufeinander ein und die Elementare an sich drehen auch noch durch. Toll! Willkommen auf den Inseln. Haben die Kämpfe der Gorlogs das Sumpfland so in Mitleidenschaft gezogen? Ökologe Ischger wirkt beschämt. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Ihre allen Drachen. Lösung mit dem Vorschlag, Kammer. Nun, ich bin froh, dass Tahu meine Sichtweise jetzt nachvollziehen kann. Und ich bin dankbar, dass ihr Lebewesen retten konntet, während ich hier herumgetrödelt habe. Die Situation ist ernster als gedacht. Er hatte Recht, dass wir sofort handeln müssen. Nach allem, was ich bisher an Erfahrung bringen konnte, wird dieses elementare Bombardement nicht aufhören, bis wir uns um die Gorlogs gekümmert haben. An Tahu's Stelle und praktisch gedacht, würde ich mich direkt ihren Anführern zuwenden. Wenn sie niemanden mehr haben, um den sie sich versammeln können, sollten sie sich verziehen und das Sumpfland nicht mehr bedrohen. Möge das Wasser euch schützen. Ihr habt richtig gehandelt, als ihr eingeschritten seid, Tahu. Das ist noch schlimmer, als ich angenommen hatte. Wonach sucht ihr? Nach Muscheln kuscheln. Ich war ein Narr, Ishka nicht zu glauben, als er darauf beharrte, dass mehr dahinter steckte. Er wäre nicht mein Freund, wenn er mir nicht immer zwei Schritte voraus wäre. Aber wir können es ihm gegenüber wieder gut machen, indem wir etwas unternehmen. Wenn tatsächlich Muscheln für dieses elementare Chaos verantwortlich sind, geht doch in ihr Lager und entreißt die Muscheln ihren glitschigen Händen. Bringt haufenweise Wind- und Wassermuscheln her, damit Ishka genug hat, um nach Herzenslust zu forschen. Ehre allen Drachen. Es tut mir leid, Ishka. Ich hätte auf euch hören sollen, als ihr sagtet, es würde etwas Größeres vor sich gehen. Ach sweet. Jetzt nähern sie sich an und geben uns entgegengesetzte Quests. Sehr, sehr gut. Okay. Die Gorlogs und die Mupfeln, Leute. Ob die sich da reinlegen? Und dann ziehen die Sterne über sie hinweg. Und der Mond zieht schön ein bisschen Urmel aus dem Gorlog-Eis. Ehre. Ja, so schnell kann das gehen mit den Elementen. Dadurch, dass das ja eine sehr urtümliche und eine sehr rohe Magie ist, sind natürlich auch viele Völker dafür empfänglich. Weil das nicht so kompliziert ist. Sondern, hey, du bist ein Gorlog. Ja, du möchtest mehr Macht, oder? Ja, das ist so das Gespräch. Und auf einmal hat der Gorlog dann so Magma-Fäuste. Ja, und dann freut er sich, weil er kann jetzt dem gegnerischen Häuptling ordentlich eins auf die Glocke zimmern. Und dann ist das schon mal fertig. Ja, die Elementare haben dann so ein bisschen Vorherrschaft sichern können in diesem Gebiet. Die Gorlogs freuen sich. Ja, und das ganze Gebiet drumherum wird in Mitleidenschaft gezogen. Und irgendwann wird es dann Gorlog Todesschwinger. Und dann reißt der Boden auf. Und darum müssen wir immer mal einschreiten. Egal, wer hier wie stark ermächtigt wird, bevor das Ganze so eskaliert. Kennen wir ja von verschiedenen kosmischen Mächten. Auch wenn wir uns an den Schreien des Sturms im Sturm St. Tal zu BFA erinnern oder so. Nur arbeitet die Lehre natürlich... Wie geil die Animation gerade aussah. Bäm, Junge. Arbeitet die Lehre dann natürlich ein bisschen anders. Gerne auch subtiler als jetzt die Elemente. Können Elemente überhaupt subtil arbeiten? Ich glaube fast nicht. Oh Gott. Eine Ente in der Blase. Warum? Entchen in der Blase. Ein Hilfequaken. Quark, Quark. Das Entchen schlägt in der Blase wild um sich und quarkt verängstigt. Vielleicht wissen die Ökologen, wie man ihm helfen kann. Na sicher. Das arme Entchen ist quarkt dankbar. Sehr gut. Du kommst mit, kleines Entchen. Ich werde dich beschützen. Mit meinem Leben. So sieht's aus. In mir schlägt immer noch das Herz eines Tanks. Und wenn ich nicht denke, um Enten zu beschützen, Freunde, warum dann überhaupt? Oder? Da hinten, schaut mal, wo wir gerade von gesprochen haben. Der Gorlock, er kotzt einfach Wasser und entfesselt damit diese kleinen Elementare. Der muss keine Rune irgendwie auf dem Boden ritzen. Der muss kein okkultes Ritual durchführen und eine Ziege opfern. Der muss einfach nur Wasser kotzen und schon, ey, Effekt ist da. Ja, also, das ist genau das, was ich meinte. Das Elementare ist eben ein bisschen roher in seiner gesamten, naja, Existenz, wenn man so möchte. Oh, schnell hier durch bei den Wirbeln. Holy hell. Da haben wir auch an der Küste so eine Quest, wo wir irgendeine Elementarkerne sammeln müssen. Wir werden sie mit Sicherheit noch sehen. Bin gespannt, ob ich immer alles finde. Oder ob wir alle drei Minuten dann im späteren Verlauf die Gebiete wechseln, weil mir einfällt. Ach, da oben war ja noch was. Und hier war noch eine Quest. Und so weiter. Aber da haben wir auch so ganz viele Winde. So ähnlich wie hier, ja, durch die man durch muss. Und die Quests habe ich gemacht, drei Uhr morgens. Und Junge, haben mich auch gefühlt, ne, als würde ich das erste Mal ein Jump'n'Run-Game auf der Playstation 1 zocken oder so. Das war wahrlich nicht schön, aber manchmal muss man da durch, ne. Ich finde das sehr cool gemacht hier, dass sie quasi auf ihre ganz eigene Art und Weise eins mit den Elementen werden. Wir sehen also nichts mit Gorlock-Todesschwinge und auch keine aufgestiegenen Gorlock-Ascendenten-Fürsten, wie wir es zum Beispiel aus der Bastion des Zwielichts kennen könnten, ne. Sondern sie reiten einfach auf den, in den, mit den Elementaren. Ich möchte das im Detail jetzt ungern vertiefen, aber ich finde schon sehr, sehr schön, wie detailliert hier auf solche Sachen geachtet wurde. Ja, denn das ist alles auf eine sehr weirde Art und Weise, dennoch lore-konform, ist einfach so. Und da bin ich natürlich sehr, sehr großer Freund von. Gleichermaßen bin ich echt gespannt, wie viele, wie viele Lore-Talks im Sinne von Theorien und Secrets und so, wir wirklich im Addon Dragonflight haben werden. Ich hoffe natürlich viele, ja. Aber gleichermaßen ist es ja eine etwas geerdetere Lore, zurück auf Azeroth mit Gorlocks und Elemental, ne. Dieses Brachiale und diese Holzhammer-Methoden sorgen ja auch dafür, dass man als nicht so Lore-Kenner, ja. Und ohne, dass man alle Bücher gelesen hat, dennoch immer verstehen kann, was hier abgeht. Zumal sie bisher auch einen super Job gemacht haben, über Alex Strasser und Co. Sachverhalte zu erklären, in-game, ne. Da geben die ja gerne mal ihren Kommentar noch dazu, bevor sie uns losschicken oder danach. Oder es gibt eine Sequenz, die viel erklärt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher als dieses ganze Kosmos-Gelöt, was da mit Shadowlands teilweise auch einfach völlig neu aufgemacht wurde, ja. Ja, und darum bin ich sehr gespannt auf die Kampagnen, die demnächst kommen. Wir haben ja einige, die über diese Ruhmstufen funktionieren, ne. Ich glaube, über den Zehnern ging das los. Ja, hier, so 13 zum Beispiel. Da haben wir einige, die so Pakt-Kampagnen-artig mit den jeweiligen Fraktionen zusammenhängen. Und dann kriegen wir ja sicherlich einige große für alle quasi, ja. Wo es dann auch mit Tyrande und Katja und so losgeht, ne. So wie wir auch in Shadowlands, abseits der Pakt, die eben große Kampagnen hatten mit dem Primus oder der ganze Bums in Torgas, ne. Ich denke mal, so wird das gesplittet sein. Haben wir jetzt nicht groß belesen, aber würde mich schon wundern, wenn sie auf einmal jetzt anfangen, wo alles offener und zugänglicher und gemeinsam und so ist, zu sagen, Ja, ja, für die Main-Story aber müsst ihr erst mal reingrinden, ihr Schwänze. Ja, braucht ihr jetzt ein bisschen Ruhmesruf oder wie auch immer man es mittlerweile nennt. Das fände ich ein bisschen strange. Deswegen denke ich mal, wir haben schon so eine Art Splittung. Aber auch das Farmen dieser Ruhmrufstufen ist ja bisher nicht wirklich heftig gewesen. Dauert natürlich auch seine Zeit. Ich denke, so soll das auch sein. Und dann verdient man sich eben das Recht, ja, dort für Alex Strasser und Co. questend in den Kampf zu ziehen. Und da bin ich gespannt, was da noch so offenbart wird und ob wir da im größeren Stil drüber reden müssen. Wir da auch wie zu Shadowlands natürlich dann eine extra Kampagnen-Playlist machen, wo wir das gemeinsam zockieren und dann gemeinsam durchgehen und durchdenken. Aber, tja, wer weiß, ob auf einmal so ein alter Gott aus dem Boden bricht, ne. Oder halt nicht. Mal gucken. Die Aspekte mögen euch segnen. Lösung mit dem Vorschlaghammer, wie das Entchen angeflogen kommt. Da ist es. Ishka, seht euch diesen kleinen Kerl an. Äh, Birbine, habt ihr dieses Entchen zu uns in Sicherheit gebracht? Ich glaube, es gefällt ihm da drin. Wie sollen wir dich nennen, Winzling? Tahu, wir können ihn unmöglich behalten. Watschel. Er heißt Watschel. Ja, er hat einen Namen. Jetzt müsst ihr ihn behalten. Watschel! Willkommen in Sicherheit. Er mag seine Blase. Wie auf Festivals, wenn Leute in so einem großen Ball auf einmal auf dem See unterwegs sind, ne. Kennt ihr die Teile? Wie in so einem großen Hamsterspielzeug, Junge. Und dann kommen sie da nie wieder raus. Bis sehr bald. Das sollte sie zumindest eine Weile lang aufhalten. Danke für eure Hilfe, Birbine. Was kriege ich denn? Handschütze. Ist alles noch nicht so gut. Der Schwarm möge uns schützen. Das sollte uns genügend Zeit verschaffen, um alles ein wenig zu beruhigen. Aber wir müssen wachsam bleiben. Es sollte einfacher sein, jetzt wo wir uns nicht mehr streiten wie Gorlox. Die Inseln sind erwacht. Streiten wie Gorlox. Tahu schenkt Ökologe Ishka ein nettes Grinsen. Ishka erwidert sein Lächeln. Schön gesagt, Liebling. Oh, die Süßis, oder? Die sind weiter gut. Das sollte ihnen eine Lehre sein. Wind erfüllte Muscheln. Sie erzeugt einen wunderschönen Klang, wenn der Wind hindurchfährt. Und wasser erfüllt? Wenn sie nass ist, glitzert sie hell. Das ist eben auch so typisch Gorlox. Die sammeln ja gerne Glitzerkram. Erinnert euch an die Quest im Scholasarbecken. Und wenn du dann sagst, pass auf, die wollen wir jetzt in unseren Reihen. Ja, dann ermächtigst du ein paar glitzernde Artefakte, schmeißt sie da hin. Und schon werden die die ablecken und essen und damit kuscheln. Und schon, bam. Fertig, ne? Easy. Das sollte ihnen eine Lehre sein. Die Aspekte mögen euch schützen. Ishka und ich bringen sie zurück zu den Lebensbecken, wo sie keinen Ärger mehr machen können. Ihr habt das heute gut gemacht, Börbine. Bis sehr bald. Wir kümmern uns um Watschel. Sagt Bescheid, falls ihr noch weitere verirrte Entchen dort draußen findet. Dient weiter gut. Nice. Watschel. Da hoppelt er. Sehr nice. Watschel, das gerettete Entchen. Schaut mal. Er beherrscht seine Blase. Sehr, sehr gut. Ich wünsche, das wäre bei mir ähnlich. Lull. Dann flattern wir mit untrainierten Blasen eben rüber Richtung neue Ziele. Und die neuen Ziele sind wieder von der Hauptquestreihe. Das heißt, liebe Hauptquestgeber, seid ihr auch zu Hause? Oder wart ihr wieder ein bisschen kuscheln? Ah, guck mal. Da kommen sie. Furorion. Und unser Vulperer Drache. Ihr bringt doch hoffentlich gute Neuigkeiten vom Außenposten. Ja, ich hab ein Entchen gerettet. Schön, oder? Furorion. Ihr beide. Da freuen wir uns einfach. Vertraut ihr mir? Zeit für eine Abrechnung. Es ist gut, während dieser schrecklichen Zeit gute Nachrichten vom Drachenherz Außenposten zu hören. Die Flüchtlinge werden bei den Lebensbecken sicher sein. Selbst die Jaradyn wagen es nicht, ihre Waffen gegen die Macht von Königin Alexstrasa zu erheben. Ja, noch nicht. Aber die werden ja auch nicht nur hier rumsitzen und ein paar coole Gladiatorenkämpfe für die Lulz machen, oder? Ich meine, guckt euch das ja an. Selbst hier liegen überall Waffen und weirdes Räucherwerk und vielleicht haben die auch noch religiöse Aspekte. Beschwören die Ragnaros aus diesem Vulkan? Oh Gott. Wenn die Drachen fressen und sich mit denen messen und immer den nächstgrößeren Kampf suchen. Naja, wer könnte dann ihr Endgegner sein? Hm. Bleibt immer wachsam. Diese Riesen mögen die uralten Feinde der Drachen sein, aber gegen jemanden wie mich hatten sie keine Chance. Oh, der Flexer. Stimmungskiller. Ja, sorry, dass ich euch gerufen habe, ne? Ah, ja. Kurz nach meiner Ankunft habe ich gesehen, wie die Anführerin dieser Riesen von ihrem Raubzug zurückkehrte. Irgendwo im Lager feiert sie ihren Sieg. Es wäre eine Schande, wenn jemand ihre Feierlichkeiten stören würde, meint ihr nicht auch? Azeroth erwarten viele Bedrohungen. Schwarzkralleninformationen. Während Silista und ich ihre Blicke nach oben lenken konnten, sind Schatten durch ihre Verteidigung geschlüpft. Meine Augen, die Schwarzkrallen, halten in ihrer Festung Augen und Ohren offen. Trefft sie und lasst sie wissen, dass ihr auf unserer Seite steht. Sie werden euch wertvolle Informationen über unsere Feinde übermitteln. Laut, wir werden ihre Blicke nach oben lenken. Das sollte euch etwas Schutz verschaffen. Wir treffen uns an der Front, wenn ihr gute Arbeit geleistet habt. Okay, dann leiste ich immer gute Arbeit, Furorion. Hoffe ich. Und zwar in der nächsten Folge. Warum sind das Spinnen? Wieso? Und das ist doch eine Lava-Tarante. Ist die ausgegangen oder was? Hat den Lichtschalter nicht gefunden. Die sieht doch viel cooler aus hier. Oh boy. Die ist einfach durch. Die braucht dringend Wochenende, Junge. Muss ich wieder aufladen. Feuer ist erloschen, Leute. Dankeschön für eine weitere wundervolle Folge. Freue mich auf die nächste, wo wir den Gerardin schön auf den Kopf geben. Und dann räumen wir hier auf, ne? In diesem Sinne. Macht es gut. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschau.